Hi, ich bin Andrea Petkewitsch, ich bin 23 Jahre alt und ich bin professionelle Tennisspielerin. Hier sind meine fünf Gründe, warum Gerolsteiner der perfekte Torbegleiter ist. Verletzungen sind das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann. Deswegen mache ich immer Präventionshilfungen, vor allem für die Schulter, die wird besonders beansprucht im Tennis. Gerolsteiner hilft mir dabei, wenn ich mal keine Handhüllen und keinen Kraftraum zur Verfügung habe. Coach! Das hier ist mein Grund Nummer zwei. Präzision ist eines der wichtigsten Elemente im Tennis. Je präziser man den Ball schlagen kann, desto besser ist es auch für sein Spiel. Gerolsteiner hilft mir, indem ich Ziele aufstelle. Grund Nummer drei. Wenn mein iPod mal nicht funktioniert oder wenn ich ihn vergesse, was mir sehr oft passiert, mache ich einfach meine eigene Musik. Oder so ähnlich. Gleich darauf folgt Nummer vier. Die Tennisspieler sind mehr als 30 Wochen im Jahr unterwegs. Familie und Freunde sind da fast nie an meiner Seite. Gegen Einsamkeitsanfälle hilft der Original-Gerolsteiner-Kuschelersatz. Und der letzte und beste Nummer fünf. Still 150 Push-Ups to do. And 200 Sit-Ups. Now! Wenn mein Coach mich mal nervt, ist Gerolsteiner die perfekte Flasche, um jemanden durchzustellen. Ei, 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 ei. Das waren meine fünf Gründe, warum Gerolsteiner der perfekte Tour-Begleiter ist. Puh! Schmecken tut's auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nenne sechs Gründe. Was habt ihr eigentlich davon, dass ich jetzt einen neuen Sponsor habe? Nun, ich gebe eine Runde Gerolsteiner aus. Die ersten 100 Teilnehmer, die eine E-Mail mit dem Betreff Gerolsteiner und ihre vollständige Adresse an folgende E-Mail-Adresse schicken. Andrea.petkovic.gerolsteiner.com Bekommen ein Probierpaket Gerolsteiner von mir. Und denkt daran, Gerolsteiner schmeckt nicht nur gut, sondern es ist auch eines der Besser in Deutschland, das die meisten Mineralien beinhaltet. Nicht nur gut für Sportler, sondern auch für euch da draußen. Also denkt daran, schickt eine E-Mail mit Betreff Gerolsteiner und eure vollständige Adresse an Andrea.petkovic.gerolsteiner.com und genießt eine Runde Gerolsteiner. Viel Spaß!